Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. Vor 13 Jahren haben wir dieses Stadion eröffnet und heute ist wieder so ein Punkt, wo wir Neues zu verkünden haben. Etwas, was den Fan, glaube ich, sehr freuen wird, weil es sein Leben in Anführungszeichen im Stadion leichter machen wird. Wir hatten heute Morgen das große Vergnügen, mit Apple Pay hier in diesem Stadion zu starten. Gemeinsam mit der Hypo-Vereinsbank, unserem Platinum-Partner und auch Skidata, die für die Lesegeräte verantwortlich zeigen. Wir sind sehr glücklich, sehr stolz darüber, muss ich klar und deutlich sagen. Das, was heute Morgen jetzt installiert wurde, Apple Pay, wird einen großen Vorteil für unsere Fans hier in diesem Stadion bringen. Ich kann mir ab sofort dann eben ein FC Bayern-Ticket für dieses Stadion auf mein iPhone schicken lassen. Apple Pay ist ein großer Schritt, glaube ich, in die Digitalisierung und wird für die Fans ein großer Service sein, bei dem, wie gesagt, glaube ich, die Dinge vereinfacht und am Ende des Tages auch sicherer gemacht werden. Insgesamt haben wir ca. 120 von diesen Drehsperren mit dieser neuen NFC-Technik. Es wird natürlich noch einmal den Zutritt erleichtern. Und eins will ich auch noch sagen, das wäre alles nicht möglich ohne den FC Bayern, aber auch ganz speziell ohne die Partner, die wir haben. Jemand wie Hypo-Vereinsbank oder wie Skidata, die uns hier tatkräftig unterstützt haben und eben auch mit uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir hoffentlich auf Dauer eine der besten Arenen der Welt bleiben. Nicht nur Deutschland und Europa ist es unser Anspruch, dies weltweit zu tun. Vielen Dank.